Willkommen zu einer weiteren Runde von The Elder Scrolls 3 Morrowind. Nein, noch zu erledigen ist hier die Devise. So, genau. Wir sind erfolgreich in Gnamok angekommen. Ich schau mal. Das müsste ein sehr alter Eintrag sein. Irgendwo steht doch bestimmt, wo ich den Kollegen finden kann. Oh, ich glaube, es ist hier nicht ein bisschen zu weit gegangen. Uh, Moment. Peter, nein. Wir sind zum Steueramt. Hm, nein. Ah, ich habe angeboten, mich um die zweifelhafte Person zu kümmern, die Anassi bedroht hat. Es handelt sich dabei um Daren Adrin. Er ist ein Dunkelelf, ein großer der Kamonatonk. Anassi sagt, dass er in Nadene Rutherans Hütte in Gnamok zu finden ist. Da haben wir es doch. Nadene Rutheran. Da war doch was. Nein. Das wollte ich doch gar nicht. So, Moment. Ach, schon mal nein. Das sehe ich hier direkt so einmal um die Ecke, ne? Wenn ich das richtig sehe. Und? Wird das hier vorne direkt die Hütte sein? Ja, wunderbar. Folgendes, folgendes, folgendes. Erst einmal. Ab ins Inventar. Und dann. Ein. Was ist denn jetzt noch das? Dürfte nicht mehr so viele sein. Ah, da. Kefermuschel. Drei Stück. Genau. Versuche ich es doch mal damit. Okay. Kann ich euch helfen? Da ist er ja schon. Ja, kannst du. Oh, ich versuche es erstmal mit der Geschichte. Ihr könnt wohl nicht richtig hören. Und bald werdet ihr auch nicht mehr richtig atmen können. Lebt wohl. Ja, wenn das rum ist, dann räumen wir doch hier mal so ein bisschen auf. So, Nummer 2. Nummer 3 ist so gut mit Geschichte. Ja, das mag wohl sein. Damit haben wir den Kollegen mal so ein bisschen einheizen können. Das ist doch mal nicht verkehrt. Dämonische Tanto. Art Kurzwaffe. Einhändig. Ja, die ist ein bisschen was wert. Ansonsten. Gewöhnliche Schuhe. Gewöhnliches Gewand. Ich gehe mal auf Leiche beseitigen. So, wen haben wir hier? Sodrara Andalas oder so ähnlich. Türen der Geister. Einiges an das Haus des Chaos. Einiges an Büchern hier. Teurer Rock. Teure Schuhe. Gewöhnliches Hemd. Und ja, auch die Waffe hat so einiges zu bieten. Oh. Okay. Dann. Oha. Meine Güte. Äh. Sonde des Lehrlings. Zehn Stück. Sonde des Gesellen. Immerhin fünf. Dietrich des Lehrlings. Nochmal. Zehn Stück. Und Dietrich des Gesellen. Okay. Daldorch. Und ansonsten. Joa. Äh. Die wollen wir auch gleiche beseitigen. Äh. Sieht ganz gut aus. Gut. Dann haben wir noch die Dame hier. Und. Oh. Uiuiui. Da braucht einiges dabei. Und hier ist Hemd. Fackeln. Hm. Nehmen wir alles. Aha. Uiuiui. Achso. Gleiche beseitigen. So. Okay. Äh. Laufen kann ich noch. Das ist gut. Oh. Das ist aber auch gerade so. Hm. Hm. Wollen wir schon das? Juhu. Genau. Äh. Sich zu freuen ist immer gut. Einmal speichern. Hallo. Äh. Noch zu erledigen. Ich. Nehm das einfach mal so. Gut. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Hallo. Äh. Ja. Und das gerade nicht gemacht. Keine Ahnung. Sehr gut. Damit haben wir diese Geschichte hier erledigen können. Ähm. 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 Ich hau mich mal in die Hängematte. Ist geheilt. Sehr schön. Und. Äh. Dann würde ich doch sagen. Gucken wir doch mal. Ob wir uns wieder nach Hause begeben. Beziehungsweise. Nicht nach Hause. Sondern nach Pelagiat. Um einer gewissen Dame. Auskunft zu geben. Und das ist ja nett. Äh. Aber nicht erforderlich. So. Der Tag ist euer. Da hast du wohl recht. Der Tag ist auf jeden Fall meiner. So. Kann uns die nette Person dort in diesem Boot. Irgendwohin bringen. Ja. Äh. Oh ja. Reisen. Nach Kul oder nach Laort. Äh. Ist auch mal Abbruch. Mit wohl. Äh. Cool. Laort. Laort kommt mir irgendwie. Geisterfort. Äh. Ah gar nicht. Das ist irgendwo. Weiß ich wo. Irgendwas klingelt da. Meint das schon mal gewesen zu sein. Oder. Äh. Aha. Moment mal. Da ist Balmora. Laort. Laort. Ähm. Moment. Moment. Aha. Interessant. Ja. Dann machen wir das noch mal. Ich höre eure Worte. Das ist nett. So. Ähm. Gut. Energische Schüttens. Inter Sonne und Himmel. Unsere wärmsten Grüße. Ich grüße zurück. Energische Schüttens kam sie mir entgegen. So. Jetzt muss ich nur gucken. Ähm. Brauche ich noch nicht. Äh. Äh. Das wäre so die richtige Richtung. Da ist Balmora. Balmora. Und hier muss auch irgendwo Pelagiat sein. Unfallverfestung. Caldera. Nein. Da unten. Das ist erstmal egal. Auf jeden Fall. Bin ich hier nicht so ganz verkehrt. Und ich hoffe, dass das. Jetzt hier kein Fehler war. Hier lang zu laufen. Und so. Oha. 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 Gibt's einiges an Viehzeug. Äh. Rechts, links geradeaus. Mhm. Interessant. Okay. Okay. Wer ist er denn? Och. Der gehört wahrscheinlich hier nur so zum Ort, ne? Oder? Der Fjol. Ich grüße euch. Ihr solltet euch in dieser Gegend vorsehen. Es treiben sich gnadenlose Banditen herum. Nicht auszudenken, was einen arkelosen Reisenden dazu stoßen könnte. Äh. Na, nur so Bandit. Oh ja. Dies sind gefährliche Zeiten. Sie werden euch vollständig ausrauben und eure Kehle durchtrennen, ohne auch nur einen Gedanken an euch zu verschwenden. Es ist keine gute Idee, irgendetwas Wertvolles bei euch zu tragen. In der Tat wäre es wahrscheinlich besser, wenn ihr mir euer Geld geben würdet. 100 Draken vielleicht? Ich denke, damit werdet ihr den Weg weniger gefährlich finden. Äh. 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 Nun, das nenne ich mal einen Kampf. Hm. Es scheint mir kein zu großer Preis für euer Leben zu sein. Doch wie dem auch sei. Das Geld hole ich mir so oder so. Lebt wohl. Und dann, äh, schauen wir mal, da ist der letzte Dingens noch nicht gesprochen. So, mein Freund. Äh? Du was? Achso, du bist auch noch da. Ja, dann komm doch auch an. Ich bin gerade in Kampfeschlaune. So. Ein Klippenläufer weniger. Äh. Ne, Moment. Äh. Schließen. Ich bin gewichtsmäßig ziemlich am Nimmel. Ähm. Geld kann aber immer mitgenommen werden. Das ist kein Problem. Und so, den lasse ich da mal liegen. Als, äh, Abschreckung für alle anderen. Gut. Kleines Gemetzel am, am, am Rande. Ähm. Bei der Gelegenheit. Das ist nie verkehrt. So. Ach nee. Äh. Waffen kann ich erstmal wieder einstecken. Noch ist keine Gefahr zu sehen. Das kann sich aber jederzeit ändern. Ich hoffe, ich bin hier so halbwegs richtig. Gewichtstechnisch, ne. Gewichtstechnisch, ne. Äh. Sieht schlecht aus. Kurz überlegt nochmal zurückzukehren und, äh, vielleicht die, 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 die Waffe von ihm zu nehmen. Aber, hm. Ähm, ach, egal. Vielleicht komme ich ja wieder zurück. Bei der nächsten Gelegenheit. Sollte er dann noch liegen. Dann, äh. Ich bin halbwegs richtig. Dann kann man da das ein oder andere noch mitnehmen. So. Oh ja. Da muss ich drauf achten. Tjo. Wegweiser ist noch nicht zu sehen. Aber ich bin so halbwegs auf dem richtigen Weg. Denke ich mal. Und, äh. Dann werden wir mal der netten Dame die freudige Nachricht überbringen. Wahrscheinlich hätte ich mir das mit dem Käfermoschus da auch, äh, schenken können. Wahrscheinlich hätte es vollkommen gereicht, den nochmal darauf anzusprechen. Der war ja schon mal irgendwie so ein bisschen, äh, kiebig deswegen. Egal. Ich habe das mal einige versucht. Und schlussendlich hat es den gewünschten Erfolg gebracht. So. Ähm. Moment. Balmora. Sehr gut. Caldera. Auch nicht verkehrt. Gnosis. Altruhen. Gnamok. Ähm. Was ist das? Kenne ich das schon? Ganz kurz mal auf der Karte gelugt. Ne, da ist noch nichts eingetragen. Dieser Ort ist noch unbekannt. Ah, aha, 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 aha. Okay, okay, okay. Und was ist das? Lormarin oder so ähnlich. Mhm. Okay. 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 Ähm, aha, okay, keine Ratten oder dergleichen. Kisten und Kästen. Ähm. Ähm. Die ich allerdings nicht looten kann. Und, naja, gut, äh, looten sollte ich hier auch, äh, da sollte ich vorsichtig sein. Mhm, 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 okay, Geld. Geht immer. Ähm, aha, 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 oh. Okay. Das hat noch geklappt. Nö, unbedingt sein. Auch nicht. Gut zu wissen. Alles weitere später. Vielleicht sollte man doch nochmal hier irgendwann, äh, vorstellig werden. Ähm. Was ich auf jeden Fall herausfinden muss. Sollte. Was gut wäre. Wie auch immer. Formuliert. Ähm. Wie das halt mit diesen, 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 diesen komischen Dingen da, Dings da, Bums da zu verwenden ist. Da diese, äh, Teleporter oder was auch immer das da sein mag. Wegweiser weise mich in diese Richtung. Ja, Mann. Gut, das hat ja auch mal gut geklappt. So, die Banditin erledigen können. Wir sind, äh, diese Verbindungsleute da von, also diese, diese Mitglieder von Moratong oder wie die sich da heißen, äh, was ich nennen, äh, losgeworden. Und, äh, läuft so einigermaßen. So, da kreucht und fleucht wieder so einiges. Wir verfeuchten uns mal hier in diese Richtung. Äh. 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 Rechts, links geradeaus. Ich glaube, das ist nicht so ganz verkehrt, oder? Hm. Nun gut, es münden beide Wege hier in diesen Bereich. Äh. 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 Nö. Gefällt mir nicht. Äh. Komisch. Äh. Seltsam. Äh. Warum? Hm. Dann schlagen wir uns mal wieder ins Gebirge. Hier direkt oder hier vorbei, oder wie auch immer. Ich guck mal. Ich bin da bestimmt wieder verkehrt abgebogen. Irgendwie macht das hier nicht so wirklich Sinn. Zumal ich hier nicht hochkomme. Das ist mal nicht schlecht. Wie sieht das hiermit aus? Das kloppt prima nämlich gar nicht. Hm. Ich will kurz räuspern. Äh. Oh. Und die Ausdauer ist komplett im Keller. Finde ich immer toll, wenn sich dann auf einmal so Gebirge auftun und man überhaupt nichts mehr sieht und da auch nicht rüberkommt und so. Hm. Sehr seltsam. Jo. Gucken wir mal. Irgendwie. Irgendwo. Wenn wir hier schon auskommen. Die Frage ist halt wo. Ach. Meiner. Was haben wir denn da Schönes? Wollte das eine Angruft oder dergleichen sein? Hm. Beigelegenheit, weil im Augenblick bin ich ja schon schwer beladen genug. Wird ja so wenig Sinn machen, jetzt hier irgendwie den wilden Mann zu markieren. Oh. Apropos wilder Mann. Tag, Herr Kundschafter. Ich reise immer aus seinen Träumen. So. Da haben wir schon wieder irgendwelche Gesellen rumhängen. Drei Stück? Ich... Das ist euer Ernst? Hm. Das darf mir so gar nicht zu. Hm. 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 Hallo? In der Windung kommen sie alle an. Oder keiner. Oder eine Ratte. Hm. Interessant. Gut. Äh. Wo renn ich? Oh nein. Ich renne vollkommen in die verkehrte Richtung. Was ist das denn hier wieder für ein Gedingse? Das ist doch irgendwie schon wieder vollkommen alles für ein... Hast ja nicht gesehen. Für was macht man Wegweiser, wenn man sich dann doch verfranst? Äh. Nerv. Mekka, Mekka, Mekka. Die Dinger haben geradeaus gezeigt. So, ich bin geradeaus gegangen und komm jetzt hier irgendwie weiß ich wo aus. Da ist äh... Der Humbug. Was soll sowas? Geht man schon nach dem Wegweiser, dann ist er doch nicht richtig. Ich versuche mal so eine gewisse Ausgangsposition zu finden, von der aus ich mich dann neu orientieren kann. So. So. Nein, ruhig nicht. So. Wie sieht er denn aus? Das sieht doch schon mal gar nicht mal so verkehrt aus. Äh. Er sagt immer hier hoch, ne? Das war ja das Problem, das ich vorhin schon hatte. Der ist nämlich hier in dieses Gewirr geschickt. Und dass ich jetzt im Kuckuck nicht hochkomme. Achso, leider gereicht. Tja. Kurios, kurios, sag ich dann nur. Könnte irgendwie eine Sprengladung gebrauchen, mit der es möglich ist dieses Gebirge zum Teufel zu schicken. Oh. Da sind wieder irgendwelche Bewohner in dieser Gegend. Und mein, äh. Kann man auch sowas nicht gerade, äh. Im besten Zustand. So. Okay. Nummer auch, auch drei Stück. Das ist, äh. Okay. Nummer eins haben wir. Äh. Kommt Nummer zwei angehüppelt. Ja, 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 Knuduma. Achso nicht, dass die drei von vorne hin oder wie oder was wahrscheinlich. Äh. Ist noch so einer? Naja. Er macht hier einen auf. Ein langsames Heranpirschen oder so. Du kommst auch noch ran. So. Leg ruhig da mal schön hin. Dann noch mal kurz auf die Karte gelookt. Also laut Karte bewege ich mich in die richtige Richtung. Nur hier, ne. Tausend Dinge im Weg. Und noch so einer. Ja, 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 ja. Gibt's doch nicht. Hä? Da ist so eine riesen Verarsche hier, die hier stattfindet. Entschuldigung. Aber ist so. Und hier rauf kommt man nicht. Tja. Ich häng mal wieder in den übrigen Problemen rum. Ich komm mal wieder nicht dahin, wo ich hin will. Oder zumindest nicht ohne irgendwelche Probleme. Das übliche halt. Ich werde mich aber trotzdem hier so in diese Richtung weiter orientieren. Früher oder später werden wir sowohl in Balmora beziehungsweise in Pilagiat ankommen. Wahrscheinlich eher später. Das Rätsel werden wir dann bei der nächsten Aufnahme lösen. Bis dahin. Alles Gute und gehabt euch wohl. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.